Ich hatte mich ja vorhin schon vorgestellt, mein Name ist Thomas Sablowski, ich arbeite als Referent für politische Ökonomie der Globalisierung hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Bereich Gesellschaftsanalyse und politische Bildung. Ich bin kein Ökonom, also genau wie du Hans-Jürgen, sondern Politikwissenschaftler, muss aber mich jetzt sozusagen hier zu ökonomischen Fragen auch äußern, weil das auch einer quasi marxistischen Tradition entspricht, erst mal mit der Ökonomie sozusagen anzufangen ein bisschen und dann über weitere Dinge zu reden. Also insofern liegt mir das relativ nahe und da wir ja auch immer Mangel an linken Ökonomen haben, springen öfters auch mal Politikwissenschaftler halt ein und reden über ökonomische Dinge. Der Titel hier, Kapitalismus in der EU seit der globalen Finanzkrise 2007-2008, Frage, erodiert das neoliberale Paradigma? Ich würde eigentlich ganz gerne zwei Antworten auf diese Frage geben, erodiert das neoliberale Paradigma? Zum einen könnte man sagen, kurz gefasst, ja und nein. Die zweite Antwort ist, dass man eigentlich den Begriff des neoliberalen Paradigmas meines Erachtens auch ein bisschen problematisieren muss, weil auf dem Neoliberalismus auch zu viel Erklärungskraft zugeschrieben wird aus meiner Sicht, beziehungsweise neoliberaler Wirtschaftspolitik oder Wirtschaftspolitik im Allgemeinen. Wenn wir reden über kapitalistische Produktionsweise, dann handelt es sich aus meiner Sicht auch um sehr viele Prozesse, die quasi von privaten Akteuren, privaten Unternehmen gesteuert werden, wo der Einfluss von Wirtschaftspolitik und Politik im Allgemeinen auch relativ begrenzt ist. Also die Frage der staatlichen Steuerungsfähigkeit muss man da, glaube ich, auch sehr kritisch diskutieren. Und das bedeutet eben auch sozusagen, das neoliberale Paradigma kann man auch diskutieren, wie viel Einfluss das überhaupt hat, aber ich werde versuchen, das jetzt noch ein bisschen zu konkretisieren. Zunächst will ich aber nochmal sagen, auch anknüpfend an das, was Peter schon gesagt hat, dass die EU aus meiner Sicht in erster Linie eine Form, eine politische Form ist, um die Akkumulation des Kapitals zu gewährleisten und die Internationalisierung des Kapitals. Das mag jetzt hier in unserem Kontext ein bisschen banal erscheinen, aber es sind ja durchaus auch andere Begriffe der europäischen Integration oder der EU in der Diskussion, wie Friedensmacht Europa oder das europäische Sozialmodell und so weiter. Also Begriffe, die aus meiner Sicht eher ideologisch sind. Und insofern ist es mir wichtig, das nochmal zu betonen. Politische Form der Akkumulation des Kapitals und das heißt natürlich auch eine Arena des Klassenkampfes, ähnlich natürlich wie der Nationalstaat, aber eine spezifische Form und darauf will ich noch ein bisschen eingehen. Wir haben es zu tun mit einer wettbewerbsstaatlichen Integrationsweise, die sich seit den 80er Jahren herausgebildet hat. Die Grundlagen der EU wurden ja geschaffen in der Phase historisch, wo eben auch der Neoliberalismus tatsächlich in der Offensive war und praktisch den wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus, den fortistischen Kapitalismus, wie wir das jetzt aus der Perspektive der Regulationstheorie bezeichnen, aufgerollt hat. Die sozialen Kompromisse, die in der Nachkriegszeit, in den 50er bis 70er Jahren gültig waren, aufgerollt hat. Insofern spielt tatsächlich auch Neoliberalismus, neoliberale Ideologie eine große Rolle in den europäischen Verträgen. Ein Punkt ist, dass es sich eben darum handelt, auch wechselseitig die Unterschiede anzuerkennen der einzelnen Staaten. Also man spricht dann von der negativen Integration. Das heißt, es gibt in vielen Bereichen eben keine gemeinsamen Standards, keine supranationalen Formen von Integration, sondern die Integration besteht darin, dass im Grunde alle existierenden nationalstaatlichen Regulationsformen als gleichwertig anerkannt werden, was natürlich auch bedeutet, dass sie miteinander in Konkurrenz gesetzt werden in diesem gemeinsamen Markt. Peter hat das schon erwähnt, das ist eine hybride Form von verschiedenen nationalen, intergouvernementalen und supranationalen Instanzen, wobei sozusagen das, was aus der Perspektive des Kapitals quasi nützlich ist, integriert ist und das, was sozusagen nützlich ist, national zu belassen, wurde national belassen. Also das heißt zum Beispiel in der Arbeits- und Sozialpolitik, die ist eigentlich nationale Domäne, nationale Regulationen und wurde im Wesentlichen nicht vergemeinschaftet, bis auf einzelne Punkte jetzt wie die Arbeitszeitrichtlinie und so weiter. Auf diese Punkte wird Felix Siowatka noch ausführlicher eingehen, auch was sich da verändert hat. Aber es ist sozusagen sehr bezeichnend, dass man da keine gemeinsamen Standards geschaffen hat. In dem Primärrecht der EU sind auch neoliberale Prinzipien in verschiedener Hinsicht verankert. Eben der Grundsatz der offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, Ausschluss wechselseitiger Haftung für die Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten, das Primat der Preisstabilität als Ziel der Geldpolitik, Verbot der monetären Staatsfinanzierung, aber eben auch dann die Möglichkeit des finanziellen Beistands im Fall von Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Krisen. Das heißt, wie in jeder auch nationalen Verfassung, haben wir im Grunde immer auch hier eine Relativierung eingebaut, wo dann für den Ausnahmezustand im Grunde es auch möglich ist, die Regeln aufzuheben und zu übergehen. Und davon wurde ja in den Krisensituationen der letzten Jahre und Jahrzehnte auch dann Gebrauch gemacht. Ich will auch noch kurz eingehen auf die Funktionsweise der Währungsunion. Der gemeinsame Markt ist ja an sich sozusagen schon eine Form, in der die Konkurrenz quasi hergestellt wird. Und durch die Währungsunion wird das im Grunde genommen noch verschärft. Denn in der Währungsunion ist praktisch die Geldpolitik integriert. Das heißt, die einzelnen Staaten haben eben keine eigene Währung. Aber ansonsten in anderen Politikbereichen gibt es eben keine gemeinsame Politik. Also jetzt zum Beispiel Fiskalpolitik, Lohnpolitik und so weiter ist ja nicht integriert. Normalerweise ist es aber so, dass die Wechselkurse als Schutzmechanismus bis zu einem gewissen Grad auch wirken in der internationalen Konkurrenz. Das heißt, ein Land, was also schwächer ist in der Konkurrenz, was an Konkurrenzfähigkeit verliert, dessen Währung wertet ja in der Regel ab. Und dadurch werden schwächere Produzenten auch ein Stück weit geschützt. Und dieser Mechanismus existiert eben jetzt innerhalb der Europäischen Währungsunion zwischen den Mitgliedstaaten nicht mehr, sodass die Konkurrenz in einer gewissen Weise auch schärfer ist eben als jetzt zwischen Nationalstaaten im Weltmarkt. Gleichzeitig gibt es aber eben auch keine Ausgleichsmechanismen oder nur sehr rudimentäre Ausgleichsmechanismen für diese ungleiche Entwicklung, die in der EU praktisch stattfindet. Die Geldpolitik ist uniform sozusagen. Also es gibt einen einheitlichen Zinssatz für alle Mitgliedstaaten. Und das bedeutet aber, dass sie nie auch der unterschiedlichen Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten vollkommen gerecht werden kann. Ein Land, was jetzt niedrige Wachstumsraten hat und niedrige Inflationsraten müsste ja im Grunde genommen eine Geldpolitik haben mit auch niedrigen Zinssätzen. In Ländern, die ein sehr hohes Wachstum haben, eine überhitzte Konjunktur oder hohe Inflationsraten, müsste der Zinssatz eigentlich höher sein nach der kapitalistischen Logik. Das ist aber in der Europäischen Währungsunion nicht möglich. Sie muss entweder sich an einem Durchschnitt anpassen oder eben an einem unteren Ende oder am oberen. Aber je nachdem werden eben bestimmte Staaten begünstigt oder übermäßig geschädigt. Bei der Installation der Währungsunion wurde angenommen, dass die Inflationsraten sich anpassen würden, dass die konvergieren würden auf ein gemeinsames Niveau. Das ist ein Stück weit passiert, aber eben nicht vollständig. Es sind weiterhin auch unterschiedliche Inflationsraten bestehen geblieben. Und das bedeutet eben auch, dass die Länder mit überdurchschnittlichen Inflationsraten in der Währungsunion tendenziell an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Der Anpassungsdruck lastet einseitig auf den Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten. Und der Anpassungsdruck schlägt eben auch voll auf die Löhne und Arbeitsbedingungen durch, weil er halt nicht anders abgefangen werden kann. Das nochmal sozusagen als Hinweis auf die Ausgangslage praktisch, mit der wir es zu tun hatten, auch dann vor der globalen Finanzkrise 2007-8, aber die auch weiterhin ja im Wesentlichen existiert. Insofern muss man sagen, die Frage erodiert das neoliberale Paradigma, kann man zunächst mal auch dahingehend beantworten. Das Primärrecht wurde ja nicht geändert. Es ist auch kaum zu ändern, weil es dazu eines Konsenses bedürfte aller Mitgliedstaaten, aller 27 jetzt noch verbliebenen Mitgliedstaaten nach dem Brexit. Aber die Widersprüche sind ja nicht geringer geworden zwischen den Mitgliedstaaten. Also insofern ist es sehr schwierig, auch Änderungen des Primärrechts durchzusetzen. Und auf dieser Ebene haben wir es erst mal mit Kontinuität zu tun. Ich würde aber trotzdem verschiedene Phasen unterscheiden in der Entwicklung der Europäischen Union. Angefangen mit den 90er Jahren praktisch, mit der Öffnung Osteuropas, also Integration Osteuropas und Schaffung einer neuen Peripherie praktisch in Osteuropa als erste Phase quasi auch des gemeinsamen Marktes. Das fällt zusammen im Grunde auch mit dem, was ich jetzt finanzdominiertes Akkumulationsregime nennen würde. Also finanzdominiertes Akkumulationsregime bedeutet, dass im Grunde die Formen des Finanzkapitals, also das zinstragende Kapital und das fiktive Kapital, mit Marx gesprochen, schneller akkumulieren als das industrielle Kapital, dass es sozusagen ein Übergewicht der Finanzmärkte gibt, eine finanzialisierte Entwicklung. Und die neoliberale Entwicklung ist ja in dieser Phase praktisch auch auf den Höhepunkt gekommen, dadurch, dass auch die Sozialdemokratie sich immer mehr in eine neoliberale Richtung entwickelt hat. Dann kam die Installation der Währungsunion, die erste Phase praktisch der Währungsunion. Das war verbunden weiter mit Produktionsverlagerungen nach Osteuropa und China mit einem kreditfinanzierten Immobilien- und Konsumboom in den südlichen Ländern der Europäischen Union, der dann eben auch zu der Finanzkrise hingeführt hat. Übrigens wurden ja auch in dieser ersten Phase der Währungsunion schon die Kriterien, damals die Konvergenzkriterien, nicht eingehalten. Damals in dieser ersten Phase hat sich auch schon gezeigt, dass die Ebene der Verträge zwar das eine ist, aber die reale Praxis das andere. Das heißt also, nicht alle Staaten sind auf die gleiche Weise diesen Regeln unterworfen. Deutschland und Frankreich konnten es sich damals leisten, praktisch höhere Haushaltsdefizite zu haben, ohne dass sie sozusagen dann zur Rechenschaft gezogen wurden, anders als jetzt schwächere Staaten innerhalb der Europäischen Union. Dann nach der Finanzkrise kam im Grunde genommen die zweite Phase der Währungsunion, wo sozusagen die Finanzinvestoren, die Kapitalanleger, die Risiken neu bewertet haben in der Währungsunion und es dann zu der inneren, das was quasi innere Abwertung in der Peripherie genannt wurde, geführt hat. Also das heißt im Grunde ein Anpassungsprozess, der auf Löhne und Arbeitsbedingungen, auf den öffentlichen Dienst, in den von der Krise hauptsächlich betroffenen Ländern durchgeschlagen hat und auf der EU-Ebene eine weitere Konstitutionalisierung der Austeritätspolitik. Also das heißt, die Austeritätspolitik wurde quasi in Verfassungsrang gehoben und wurde durch neue Verträge wie den Fiskalpakt und so weiter dann weiter institutionalisiert durch das europäische Semester. Und damit wurde versucht, praktisch eine stärkere Kontrolle der Kommission über die Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten auch zu erreichen. Ich würde aber jetzt sagen, dass in den letzten Jahren wiederum eine neue Phase begonnen hat. Ich habe jetzt hier geschrieben seit 2020, weil aus meiner Sicht diese Phasen immer auch durch Krisen praktisch unterschieden werden. Also wir haben im Grunde Ende der 90er Jahre den Höhepunkt des New Economy Booms und das Ende des New Economy Booms dann mit der Krise ab 2000. Wir hatten die globale Finanzkrise 2007-8 und dann eben die Pandemie 2020, den Ukraine-Krieg und die hohen Inflationsraten. Peter ist schon ausführlich eingegangen auf die geopolitischen Verschiebungen. Also man kann das jetzt natürlich nicht auf das Jahr festlegen. Ich würde sagen, wenn man sich zum Beispiel das Verhältnis anschaut zu China, dann kann man in Deutschland ungefähr seit 2016 eine Wende erkennen. Die Übernahme des Roboterherstellers KUKA in Deutschland war aus meiner Sicht so ein Wendepunkt. Seitdem werden eben chinesische Investitionen in Deutschland wesentlich kritischer betrachtet, als das vorher der Fall war. Also die Politik hat sich geändert. Und es gibt jetzt in einer Reihe von Feldern eben auch andere Politiken, die, wie Peter schon sagte, nicht mehr ohne weiteres begrifflich mit dem Neoliberalismus sozusagen erfasst werden können. Ich gehe jetzt verschiedene Bereiche durch, kurz der Regulation. Ich stütze mich hier auf die Regulationstheorie. Also aus meiner Sicht macht es Sinn, die Regulationsweise zu unterscheiden von dem Akkumulationsregime. Das sind zwei regulationstheoretische Begriffe in Bezug auf die kapitalistische Entwicklung. Das Akkumulationsregime ist im Grunde genommen das Set von makroökonomischen Regelmäßigkeiten, die im Grunde die Reproduktion des Kapitals gewährleisten. Also das heißt, die Veränderung der Produktionsbedingungen und ihr Zusammenhang mit den Bedingungen der Verteilung, mit den Bedingungen der Konsumtion, also dieser makroökonomische Zusammenhang, die Allokation des Kapitals in den verschiedenen Kapitalkreisläufen, die Proportionen quasi zwischen den verschiedenen Kapitalformen, das macht das Akkumulationsregime aus und die Regulationsweise ist eben die Gesamtheit der institutionellen Formen, der gesellschaftlichen Normen, die die Vereinbarkeit von Verhaltensweisen innerhalb eines Akkumulationsregimes gewährleisten. Und da kann man wiederum jetzt verschiedene Bereiche institutioneller Formen der Regulation unterscheiden, also Regulation des Lohnverhältnisses. Darauf gehe ich jetzt hier nicht näher ein, weil Felix das gleich in seinem Vortrag noch ausführlicher machen wird. Da gibt es eine Reihe von Veränderungen in den letzten Jahren, die sich deutlich unterscheiden praktisch von der neoliberalen Politik der Vorperiode. In der Regulation des Geldes und des Kredites haben wir auch deutliche Veränderungen erlebt. Seit der globalen Finanzkrise in dem Sinne, dass vor allen Dingen die EZB-Politik sich stark verändert hat, dass umfangreiche Anleihekaufprogramme aufgelegt wurden, die man durchaus als eine Form der indirekten Staatsfinanzierung interpretieren kann, obwohl das eigentlich durch die Verträge ausgeschlossen ist. Das heißt, die EZB hat eine Stabilisierungsfunktion übernommen und hat ihr Mandat im Grunde ausgeweitet. Das war juristisch umstritten, das ging ja natürlich vor die Verfassungsgerichte und so weiter, aber letztendlich hat sich diese Praxis durchgesetzt, trotz der Verträge. Wir haben auch nach der globalen Finanzkrise eine Re-Regulierung der Finanzmärkte, des Finanzsektors erlebt, die aber aus meiner Sicht viele Schlupflöcher offen gelassen hat für die dominanten Akteure, also die Handlungsfreiheit. Der Handlungsspielraum wurde wenig eingeschränkt aus meiner Sicht. Die Eigenkapitalanforderungen für Banken wurden erhöht. Das Bankensystem wurde dadurch auch stabilisiert, aber gleichzeitig wurde der Bereich der Schattenbanken eben weitgehend unreguliert gelassen. Und wenn man sich verschiedene Indikatoren anschaut, dann sieht man eben auch, dass da auch ein interessantes Verhältnis von Kontinuität und Bruch sich herausbildet in Bezug auf die finanzdominierte Akkumulation. Es gibt auch neue Ansätze im Bereich der Fiskalpolitik, vor allen Dingen mit dem Next Generation EU-Programm, was es nach der Pandemie im Grunde der Kommission zum ersten Mal erlaubt hat, im großen Umfang Gemeinschaftsanleihen aufzunehmen. Fünf Minuten? Okay. Dieses Next Generation EU-Programm kann man durchaus als einen qualitativen Sprung sozusagen betrachten, insofern, als vor allen Dingen die Bundesregierung eigentlich, die deutsche Regierung, ihre Politik geändert hat. In der Finanzkrise 2008 wurden ja Euro-Bonds noch strikt abgelehnt. Und jede Form sozusagen der Vergemeinschaftung, der Verschuldung. Dieses Prinzip wurde im Grunde mit dem Next Generation EU-Programm ein Stück weit durchbrochen. Allerdings muss man auch sehen, dass das Next Generation EU-Programm im Grunde verstanden wurde als einmaliger Akt. Es ist also ein Programm, was jetzt nicht bedeutet, revolvierende Staatsanleihen oder Gemeinschaftsanleihen, wie wir das auf der nationalen Ebene bei der Staatsverschuldung ja haben. Es ist ja so, dass der Staat im Grunde seine Schulden nie zurückzahlt, sondern dass die Anleihen immer wieder ersetzt werden durch neue Anleihen, wenn sie auslaufen und letztendlich nur der Schuldendienst geleistet wird in Form von Zinszahlungen. Was im Übrigen ja auch immer eine gute Einkommensquelle ist für die Kapitalistenklasse, für die Kapitaleigner. Sie sind natürlich eher daran interessiert, dem Staat Geld zu leihen und dafür Zinsen zu kassieren, als jetzt Steuern zu zahlen. Das heißt, die neoliberale Ära trotz der ganzen Austeritätspolitik und der quasi verkündeten Ideologie des ausgeglichenen Staatshaushalts und so weiter ist ja darauf hinausgelaufen, dass immer wieder neue Löcher in die Haushalte gerissen wurden durch Steuersenkungen und das Verschuldungsniveau von Krise zu Krise auf ein immer höheres Niveau auch geklettert ist. Insofern ist die Vergemeinschaftung von Schulden die Kehrseite gewesen dieser Austeritätspolitik und hat sich auch deutlich weiterentwickelt mit dem europäischen Stabilisierungsmechanismus, mit der Bankenunion, auch die EZB-Politik. Das sind im Grunde alles Formen, die dazu dienen, die Verschuldungsmöglichkeiten auszuweiten und insofern auch die Kapitalakkumulation auf einem erweiterten Stufenleiter zu gewährleisten. Ja, in der Regulation der Konkurrenz abschließend zu den Regulationsbereichen gibt es auch substanzielle Veränderungen in dem Sinne, dass das neoliberale Wettbewerbsrecht eigentlich zunehmend abgemildert wurde, dass die Beihilferegularien der EU, die ja im Grunde genommen staatliche Subventionen eigentlich ausschließen, der Idee nach, die sind sozusagen abgemildert worden und das, was Frankreich, die französische Regierung eigentlich länger schon immer propagiert hat, dass die EU versuchen sollte, europäische Champions zu fördern und herauszubilden, die in der Weltmarktkonkurrenz mit den US-Konzernen, mit chinesischen Konzernen bestehen können. Diese Politik hat im Grunde genommen mehr Gewicht bekommen und wird zunehmend auch aus Deutschland jetzt akzeptiert. Das hat zu einem Revival eben der Industriepolitik geführt und eben auch zu einer vor allen Dingen ja gegen China gerichteten selektiven Handelspolitik oder Außenwirtschaftspolitik in dem Sinne, dass also Exportkontrollen oder Kapitalverkehrskontrollen in bestimmten strategisch zentralen Bereichen eben eingeführt worden sind, gegen chinesische Direktinvestitionen in der EU gerichtet. Ich will ganz kurz als Beispiel noch eingehen auf die Industriepolitik jetzt im Bereich der Halbleiterindustrie als ein Beispiel, um auch mal die Proportionen zu veranschaulichen. Also die EU hat reagiert im Grunde auf Subventionsprogramme in den USA und in China und beansprucht ja im Grunde oder hat das Ziel verfolgt, einen größeren Teil der Chipproduktion nach Europa zu holen oder wieder nach Europa zu holen. Heute sind das, glaube ich, 10 Prozent der Chipproduktion, die in der EU stattfinden von der weltweiten und die EU möchte das steigern auf 20 Prozent. Da man aber von einem sehr starken Wachstum ausgeht, dieses Sektors, bedeutet das im Grunde genommen, dass die Produktion ungefähr vervierfacht werden müsste, damit dieses Ziel erreicht wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Subventionen, die da ausgereicht werden oder die geplant sind, dann ist das schon enorm. Aber man sieht auch, dass die EU-Subventionen eben relativ jetzt zu den chinesischen oder US-amerikanischen Maßnahmen relativ klein sind. Es kann natürlich sein, dass das jetzt ein verzerrtes Bild ist, weil man dann noch die nationalen Programme da hinzurechnen müsste sozusagen. Aber ich halte es doch für fraglich, dass die EU diese Ziele erreichen kann praktisch, die sie sich gesteckt hat, zumal ja die anderen auch nichts abgeben wollen, sondern ihrerseits auch beanspruchen, mit diesen Programmen praktisch die Produktion in ihren Bereichen weiterhin zu halten. Aber man sieht daran, dass die Konkurrenz sich verschärft und dass sie sozusagen jetzt mit anderen Mitteln geführt wird, eben nicht mehr mit der neoliberalen Politik, sondern mit strategischer Industriepolitik, wo es um enorme Summen geht. Und da, Peter hatte es schon gesagt, es stellt eben eine strategische Herausforderung für linke Politik. Wie reagieren wir jetzt darauf? Es reicht eben nicht mehr aus, sage ich mal, die alte Kritik am Neoliberalismus, mehr Staat gegen einen bloßen Marktradikalismus, weil das Kapital jetzt selbst mehr Staat praktizieren möchte, zumindestens Teile des Kapitals. Ich würde auch sagen, dass das Ganze hoch umstritten ist zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen. Das merken wir auch gerade in Deutschland in der aktuellen Haushaltskrise, wo sich diese Widersprüche zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen aus meiner Sicht vor allem zuspitzen und auch die verschiedenen Prinzipien, die da vertreten werden. Aber aus linker Sicht müsste man schon fragen, welche Halbleiter sollen eigentlich wofür produziert werden? Ich nehme zum Beispiel wahr jetzt in Deutschland, dass es weiterhin sehr stark um die Autoindustrie geht, eine Industrie, die aus meiner Sicht sowieso ein Übergewicht hat in der deutschen Industriestruktur, was ich eher für bedenklich halte, zumal ich eben jetzt in der E-Auto-Produktion auch keine Lösung der ökologischen Krise sehe, aber das wäre eine andere Diskussion, die wir hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch ausführlich führen, beispielsweise im Gesprächskreis Zukunft Auto, Umwelt, Mobilität, wo wir auch andere Konzepte außer der jenseits der E-Auto-Produktion eigentlich favorisieren, also Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, der Eisenbahn, Schienenverkehr und so weiter. Die Förderung einer Halbleiterfabrik mit 10 Milliarden Euro in Magdeburg ist aus meiner Sicht auch keine Stärkung der strategischen Autonomie der EU, die ja proklamiert wird. Also es geht ja darum, die EU zu stärken gegenüber den USA, vor allen Dingen in der Trump-Ära sozusagen, muss man sagen, in Klammern. Das hat sich ja auch schon wieder relativiert jetzt durch Biden und durch den Krieg in der Ukraine, aber es ist weiterhin ein gewisses Thema, mehr strategische Autonomie der EU zu erreichen. Aber eine Förderung von Intel jetzt in Magdeburg verstärkt aus meiner Sicht eher die Abhängigkeiten von den USA, also die ja ohnehin bestehen. Also es ist ein asymmetrisches, transatlantisches Abhängigkeitsverhältnis, was auch durch diese neuen Politiken eigentlich verfestigt wird. Und man muss natürlich das sehen jetzt im Verhältnis zu anderen Staatsaufgaben. Wenn ich denke an die Diskussion über die Kindergrundsicherung, wo das ja durchaus sich als Alternative darstellt, fördern wir jetzt primär sozusagen die Großindustrie in bestimmten Sektoren oder können wir sozusagen bestimmte Sozialprogramme noch finanzieren? Wie werden diese Subventionen gegenfinanziert? Denn jede Subvention für Großunternehmen ist zunächst mal eine Umverteilung zugunsten des Kapitals auf der Ausgabenseite, wenn sie nicht durch entsprechende Maßnahmen gegenfinanziert wird. Also da müsste man dann schauen, wie das steuerpolitisch und so weiter dann aussieht. Ich hätte eigentlich jetzt noch mehr vorbereitet gehabt an Illustrationen zur Kontinuität des Akkumulationsregimes. Ich habe jetzt die Signale bekommen, ich muss aufhören. Ich will abschließend vielleicht nur noch sagen, um das nochmal zusammenzufassen. Also ich sehe es so, dass wir auf der Ebene der Regulationsweise substanzielle Veränderungen haben, dass man nicht mehr ohne weiteres von der neoliberalen Regulationsweise sprechen kann, dass aber auf der Ebene des Akkumulationsregimes eher die Kontinuitäten überwiegen. In dem Sinne, dass wir nach wie vor ein finanzdominiertes Akkumulationsregime haben, also das sozusagen in dem Verhältnis zwischen industriellem und Finanzkapital sich nicht so viel verändert hat. Und dass auch praktisch die Akkumulationsregime in der EU weiterhin sehr stark extravertiert sind, also nach außen gerichtet sind. Das heißt, die Exportquoten steigen weiter an. Das ist übrigens auch ein interessanter Unterschied zu den USA und zu China, wo die Exportquoten gesunken sind nach der globalen Finanzkrise. Also wir haben auf der globalen Ebene eher einen Prozess der Deglobalisierung, aber in der EU sozusagen eine sehr aggressive, nach außen gerichtete Exportpolitik, auch mit hohen Export-Leistungsbilanzüberschüssen, wenn man die Gesamtheit der EU betrachtet. Daran hat sich wenig geändert, auch nach der globalen Finanzkrise. Es hat sich eher noch verschärft, würde ich sagen. Das heißt, wenn man das jetzt zusammennimmt, dann könnte man sagen, in der Summe ist das so etwas wie alter Wein in neuen Schläuchen oder wie das mal benannt wurde in dem Titel eines Sammelbandes, den unser Referent Hans-Jürgen Bieling mit herausgegeben hat, mit Simon Guntrum, alter Kurs, neue Segel, neue Segel, alter Kurs. Also das heißt, es wird im Grunde mit anderen Mitteln versucht, das gleiche Ziel zu erreichen, wie vorher die erweiterte Reproduktion des Kapitals sozusagen in den ähnlichen Formen des Akkumulationsregimes, aber eben mit anderen Mitteln auf der Ebene der Regulationsweise umzusetzen. Das wäre sozusagen, kurz gesagt, meine Sichtweise auf den Prozess. Das ist möglich. Das ist eben korrekt. Finanzkrise Untertitelung des ZDF, 2020